Hallo Leute, ich bin Nightflyer und wir sind hier immer noch im Pinnacle Apartment House bei Fallout 4 unterwegs und haben in der letzten Folge hier ein paar Gunner und Super Mutanten gemetzelt und hier läuft mindestens noch einer rum, glaube ich, um den wir uns jetzt kümmern werden. Hier ist wieder ein Aufzug. Kaugummi. Ja, ja, deswegen bist du auch schon fast tot. So. Der hat sich ja nicht sonderlich gewehrt. Okay, jetzt gehe ich aber erst nochmal zurück, damit wir uns hier umschauen können. Da ist, glaube ich, immer noch einer. Ich hatte gedacht, er wäre hier. Na gut, ist er nicht. Nichts Spannendes hier. Auch hier ist nichts Spannendes. Eine Verbindungsstange und ein Flansch. Klebeband, Normalpinsel. Und das war's. Okay, dann, äh... Von hier sind wir gekommen. Hier ist wieder ein Aufzug. Ja, dann nehmen wir wieder einen Aufzug, würde ich sagen. Und schau mal, wo wir hier jetzt rauskommen. Ich muss bald mal unser Inventar ein bisschen wieder sortieren. Also unser Schnellmenü hier. Einundzwanzigster Stock, hab ich das richtig verstanden? Ich höre was. Die Kanone gefällt mir ganz gut hier übrigens. Lederrüstung, Harnisch. Ah, komm. Äh... Nehmen wir mit. Da ist ein Ausgang. Das ist der Rollstab. Was ist das sein? Heute kein Kampf. Wo ist er denn? Okay. Habe ich es jetzt verschwendet? Jemand da? Treffen sollte man natürlich können. So. Ich glaube, das war's jetzt aber hier. Kronkorken. Tarnenmus, das haben wir alles schon. Verbranntes Buch. Hm. Ich hatte mir schon irgendwas Spannendes hier erhofft, sag ich mal. Aber ich glaube, das war's jetzt hier. In dem Gebäude. Nix. Kein Fusionskern hier. Nix. Gar nix. Schade. Warte mal, da ist noch was. Oh. Tja. Tja, das war's. Dann gehen wir mal raus. So. Ach du Scheiß. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Äh. Was, was, was? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Es geht nix mehr. Da oben, unten wird irgendwie Ladesymbol angezeigt. Entdeckt Fallen Sky Bridge. Was? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ich hab überhaupt nix gemacht. So, da wären wir wieder. Da unten ist ein Ding. Und ich hoffe, dass das jetzt hier irgendwie... So, ich hoffe, das bleibt jetzt hier heile. Was, was, was? Ich hab keine Ahnung, was da grad passiert ist. Dass wir hier so... Äh, weggeglitscht sind. Äh, der trifft gar nicht. Wir können nicht durch dieses, äh... Da durchschießen. Sehr praktisch. Ja, das ist ja dämlich. Vielleicht so? Auf den Kopf? Er hat ne Granate geworfen, der Arsch. Ich glaub, den haben wir. Da müsste aber noch einer rumlaufen. Okay, von irgendwo wird geschossen. Von wo? Da drüben. Treffer versenkt. Gut, ähm... Dann wählen wir mal eben hier wieder die... Die fand ich echt gut, muss ich sagen. Die, äh... Das Kampfgewehr. So, jetzt haben wir entdeckt Fallen Skybridge. Keine Ahnung, was da grad passiert ist. Okay, wo gehen wir runter? Erstmal hier... Looten. Ah, das brauchen wir alles nicht. Werfen wir mal einen Blick hier. Ah, ich glaub hier ist die Autobahn zu Ende. Ah ja. Life is a race. Nun gut. Ach du Scheiße. Und was für ein guter Kampf das war. Wo liegen denn die Leichen hier rum? Hier müsste doch mindestens eine Supermutantenleiche liegen. Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint das hier so eine Art Supermutanten-Nest zu sein. Kommen wir da hoch. Da liegt nur einer. Mit einer Splittergranate. Da. Okay, da sieht's so aus, als könnte man da so ein bisschen weiterkommen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier hochkommen. Oh, die haben's aber echt gemütlich gehabt hier oben. Nicht ins Wasser. Und offenbar können wir hier wieder rein. Hub 360. Okay. Hier, kein grünes Zeug. Ist da unten einer? Das ist ein Arsch. So, was haben wir denn hier? Fusionszellen, ja. Die hätte ich gern. Kommen wir da runter irgendwie? Ich hab Angst, wenn wir jetzt hier runterhupfen, dass wir nicht wieder hochkommen. Ich würde aber gern da reinschauen. Blöd ist, dass wir ganz alleine unterwegs sind. Keine Ahnung, wo der Kollege abgeblieben ist. Oder sollte man einfach vielleicht zurückkehren und das hier später nochmal aufsuchen. Das sieht auch wieder richtig fett aus. Ich glaub, das ist vielleicht nicht ganz sinnvoll, wenn wir da jetzt reingehen. Ich weiß es nicht genau. Scheiße. Ach komm, wir werfen mal einen Blick. So, oh. Oh. Der hat es gar nicht bemerkt. Oh, was schießen wir denn mal? Ah, komm, der hat mal einen rechten Arm. Ah, super. Super. Oh. Jetzt bin ich abgestürzt. Ach du Scheiße. Jetzt ist Kack am Dampfen hier. Das ist ja quasi eine Falle hier, ey. Nix, nix, nix. Du mich selten, Mensch. Das ist dein Tod. Der muss doch... Ist er tot? Nee. Keine Munition mehr. Verdammte Axt, ey. Das war's jetzt aber, oder? Nee. Wow. Jo, das war nicht der Schlauße, jetzt hier reinzugehen. Das spielt ein verdammtes Radio. Okay, wir gucken, dass wir uns jetzt wieder hier hochkommen. Aber ich glaube... Hier ist ein Aufzug. Aber ob der jetzt direkt nach da oben führt, weiß ich jetzt nicht genau. Ist da oben auch irgendwo ein Aufzug? Ich würde ja gerne mal hoch. Hier vielleicht? Komm schon. Jawohl. So. Ja, siehst du, es wäre auch nichts geworden hier mit dem Aufzug. Ja, nettes Nest hier. Hier ist aber ein Aufzug. Lecker. Lecker. Okay. Von hier sind wir gekommen, ne? Dachpool. Alles klar. Und da ist eine Aufzugtür. Aber die andere Aufzugtür war, glaube ich, da. Genau. Also sie haben nichts miteinander zu tun. Aber wir gucken uns erstmal so weiter um. Wie viel Munition haben wir hier? Na ja, gut. Können wir mit leben, glaube ich. Boah, ist das lecker. Baaah. Ganz geil. Ja. Wir nehmen das lecker Zeug mit. Salisbury-Steak. Okidoki, ja. Dann würde ich sagen, da könnten wir fast einen Aufzug nehmen. Wo auch immer der hinführt. Theoretisch müsste es weiter nach oben gehen. Das war ja doch relativ hoch, das Gebäude. Wir werden es rausfinden. Nach unten, okay. Es hat gesagt, nach unten. Das heißt, wir fahren wieder zurück. Gleich. Nachdem wir uns hier umgeschaut haben. Achso. Der ist out of order. Ja, haben wir, glaube ich, jetzt gar keine Wahl. Okay, wir können jetzt natürlich noch runter gucken. Aber ist das nicht... Nee. Ah, na, ganz geil. Ah ja, hier wieder. Äh. Das war scheiße. Sterb einfach, du Arschkrampe. Und zwar bevor ich sterbe. Ah. Glück gehabt. Hahaha. So, ich muss jetzt gleich mal das Inventar, äh, sortieren. So, das war das jetzt, äh, wo sind wir denn jetzt hier? Ach du Scheiße, wir sind ganz echt zurück, ne? Das ist, wo wir runtergefallen sind, hier, glaube ich. Und da ist ein Aufzug. Da bei dem anderen hat man nicht viel gefunden gehabt. Ah, komm, dann nehmen wir jetzt den hier. Und hier soll das jetzt hoffentlich nach oben gehen. Ich weiß es nicht. MacReady. MacReady. Jetzt ruckelt es ganz komisch. Spiel kaputt. Ich will MacReady hier haben. Hier behalten. Okay, also, das Spiel ist überhaupt nicht bugfrei. Hey, und? Komm schon. Jo, alles klar. So, ich hoffe, das hat jetzt geklappt, dass er bei uns bleibt. Nein, ich wollte sagen, das Spiel ist total bugfrei. Okay, ist eine längere Fahrt auf jeden Fall. Und ich hoffe, er bleibt jetzt bei uns. Ähm, ja. Hallo. Hey, was willst du? Entschuldigung. Was hast du auf dem Herzen? Was meinst du? Halt die Augen offen. Wir sind hier unten nicht allein. Ah, ja, super. Was denkst du über unsere Beziehung? Wir würden uns wohl besser vertragen, wenn du hin und wieder auf mich hören würdest. Ja, und jetzt glaube ich, dass hier irgendwie alles schief läuft, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir sind hier in einer Schleife. Oh. Oh, wir sind da. Wo auch immer. Ah, wir sind wieder auf irgendeinem Dach. So, das war einfach. Mit Visier, Lasergewehr. Nee, ich sollte dir welche geben. Okay, es hat geklappt. Es hat geklappt. Wir können ihn wieder mitnehmen. Ja, ähm, Schrott. So, Kollege. Dann gucken wir uns mal um hier. Hier ist eine nette Kiste mit Kronkorkenpatronen, einem taktisch schwerem Jagdgewehr und eine verstärkte, gehärtete Raiderrüstung. Okay. Den hatten wir. Könnten wir hier so einen, so einen, so einen Assassin's Creed Sprung machen? Ich glaube nicht. Ja, jetzt sind wir hier irgendwie auf dem Dach angekommen und, äh, hier ist aber nichts weiter. Außer eine geile Aussicht. Die Aussicht ist nice. Na gut. Okay, aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich denke, wir werden zurückkehren per Schnellreise. Äh, denn ich habe jetzt keinen, äh, Nerv, glaube ich, mich hier, ähm, durch die Gebäude nach unten zu kämpfen. Wobei, kämpfen müssen wir ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber, äh, den Weg müssen wir finden. Und, äh, deshalb, äh, beende ich die Folge mal an dieser Stelle und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, äh, wieder und zwar in, äh, äh, Good Neighbor. Wo wir dann, äh, dem, ja, unserer Silver Shroud Quest weiter folgen. Und, äh, ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und, äh, ich bedanke mich fürs Zuschauen. und bis zum nächsten Mal.